Hallo Sportsfreund! Eisen bildet als essentielle Nährstoffe eine zentrale Komponente deines Hemoglobins, deines Myoglobins und von hundert anderen deiner Proteine und Enzyme. Die Funktionen des Eisen sind vielfach. Als entscheidender Baustein deines Hemoglobins und deines Myoglobins ist es zuständig für den Sauerstofftransport im Blut aus der Lunge zum Ort seines Verbrauchs im jeweiligen Gewebe, sowie der Speicherung von Sauerstoff in deiner Muskulatur und deinen Muskelzellen, in denen der Sauerstoff dann aus den roten Blutkörperchen in deine Zellen und dort in deine Mitochondrien diffundiert. In deinen Mitochondrien ist das Eisen am Transfer von Elektronen in deiner Atmungskette verantwortlich, genauer in den Komplexen 1 bis 3 und trägt damit große Verantwortung für deine zelluläre Energiegewinnung. Ohne Eisen sind deine Muskelzellen nicht in der Lage Energie zu produzieren. Eisen ist ebenfalls zentraler Bestandteil im Rahmen deiner Mollrottransmittersynthese von L-Tyrosin zur L-Dopa und der Synthese von Tryptophan sowie der Biosynthese von L-Kanitin. Letztere findet zusammen mit Hilfe von Vitamin C und Vitamin B6 und den Aminosäuren L-Lysin und L-Methionin statt. Auch deine Fettsäuresynthese, der ungesättigten Fettsäuren ist eisenabhängig, ebenso wie die Aktivierung einiger Enzyme in deinem Fettstoffwechsel. In deinem Immunsystem sorgt das Eisen für eine sogenannte immunologische Stabilität und ist ein Kofaktor verschiedener antioxidativer Enzyme. Weitere Funktionen des Eisens liegen beispielsweise in den Abbauvorgängen verschiedener Arzneimittel, in der Kollagensynthese, in der Signalübertragung auf zellulärer Ebene und in der Regulation deines Säurebasenhaushaltes. Der Eisengehalt deines Körpers liegt insgesamt bei ca. 3000 bis 4000 Milligramm. Davon entfallen ca. 2500 Milligramm auf dein Hämoglobin, ca. 400 Milligramm auf deine eisenhaltende Proteine, wie zum Beispiel das Myoglobin. 3 bis 7 Milligramm deines Eisens sind an Transportproteinegründen, das Transferin und der Rest liegt als sogenanntes Speicherheil, das Ferritin, Hämoseferin, in deiner Leber, Milz und in deinem Knochenmark vor. Grundsätzlich zeigen vor allem Sportler einen erhöhten Eisenbedarf und hier allen voran ausdauersporttreibende Frauen. Durch erhöhte Eisenkonuste über den Magen-Darm-Trakt und über den Schweiß sowie den Urin entwickelten Sportler einen deutlich erhöhten Eisenbedarf. Gerade vegetarisch lebende Sportler und hier erneut insbesondere ausdauertreibende Sportlerinnen zeigen ein eindeutig erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines Eisenmangels. Das liegt zum einen in der schlechteren Bio-Verfügbarkeit des dreiwertigen Eisens aus pflanzlichen Lebensmitteln, zum anderen in den menstruationsbedingten Eisenverlusten. Denn in der Menstruation gehen circa 25 bis 60 Milliliter Blut verloren, was einem Eisengehalt von circa 12,5 bis 30 Milligramm entspricht. Gerade im Spitzensport ist nach intensiven Ausdauerbelastungen ein Eisenverlust von bis zu 2 Milligramm täglich möglich. Dies geschieht über kleine gastrointestinale Blutung sowie durch mechanische Zerstörung von roten Blutkörperchen, zum Beispiel unter der Fußsohle bzw. unter der Ferse während des Laufens. Verstärkt werden Eisenverluste durch die im Sport leider sehr häufige und ungesteuerte Einnahmen von Schmerzmedikamenten, sogenannten NSAR und zum Beispiel Ibuprofen oder Diprofenac, die wiederum vermehrte gastrointestinale Blutungen verursachen können. Ein Eisenmangel ist daher eine der am häufigsten diagnostizierten Mangelzustände in der Sportmedizin. Der Eisenmangel macht sich im Sport vor allen Dingen durch eine Abnahme deiner Leistungsfähigkeit infolge der verminderten ATP-Produktion bemerkbar. Die Funktion deiner energieliefernden Enzyme ist eingeschränkt und der Sauerstofftransport und die Sauerstofftransportkapazität sowie die Sauerstoffversorgung deines Körpers nimmt ab. Dadurch sinkt deine äroge Kapazität, was sich durch einen Anstieg der Laktatwerte bemerkbar machen kann. Betroffene Sportler klagen häufig über vorzeitige Erschöpfungen, über Kurzatmigkeit, bei erhöhtem Puls, chronische Müdigkeit, schlechtere Ausdauerleistungen, bei gleichzeitig ansteigender Infektanfälligkeit, vor allen Dingen im Bereich der oberen Atemgelbe. Grundsätzlich ist die Einnahme von höher konzentrierten Eisenpräparaten keine Selbstmedikation, sondern sollte stets unter ärztlich kontrollierter Labordiagnostik und nach einer gründlichen differenzialdiagnostischen Abwägung und Absicherung vorgenommen werden, da eine zu hohe Konzentration an Eisen zu einer deutlichen Mehrbelastung deines Körpers mit sogenannten freien Radikalen führen kann. Und daher bezeichnet man Eisen auch als Promoter von oxidativen Stress. Lebensmittel, die reich an Eisen und somit in der Lage sind, deinen Tagesbedarf an Eisen zu decken, sind beispielsweise 100 Gramm Austern, 120 Gramm Sojamehl oder Hirse, 150 Gramm Leber vom Kalb oder vom Rind, 200 Gramm Haferflocken oder Roggen oder jeweils 250 Gramm unpolierter Reis, Weizenmehl und trockenes Obst, zum Beispiel Feigen oder Aprikosen. Eier, teigbaren Weizen, Vollkornmehlprodukte, Zucchini, Karotten oder Hühnereisen ebenfalls geeignet sein, um Bedarf zu decken. Laut Dach sollten Jugendliche und Erwachsene ca. 10 bis 15 Milligramm Eisen pro Tag, Schwangere und stille Frauen 30 Milligramm Eisen pro Tag einnehmen. Der Sportler sollte im Rahmen einer ärztlich diagnostizierten, moderaten Eisenanämie, täglich ca. 50 bis 200 Milligramm von zweiwertigem Eisen in Kombination mit Vitamin C einnehmen. Die Tagesdose sollte oral über den Tag verteilt über einen Zeitraum von in der Regel zwei bis vier Monaten unter labordiagnostischer Kontrolle durch den behandelnden Arzt eingenommen werden. Für die Orale-Aufnahme zeigen folgende Eisensalzen eine gute Bioverfügbarkeit. Das sind Eisen-II-Sulfat, Eisen-II-Fumarat, Eisen-II-Gluconal, Eisen-II-Lactat oder Curryblat-Eisen. Mögliche Nebenwirkungen von Eisen könnten Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Verstupfung sein sowie eine harmlose Dunkelverfärbung des Stuhls. Sollte allerdings ein schwerer Eisenmangel ärztlich diagnostiziert vorliegen, sind orale Aufnahmen von Eisen aufgrund der limitierten Bioverfügbarkeit von ca. 5 bis 10 Prozent nicht mehr zielführend. In diesem Fall ist eine intravenöse Gabe von Eisen-III-Komplexen notwendig, die durch deinen behandelnden Arzt durchgeführt werden muss. Ich hoffe am nächsten Mikronährstoff-Mittwoch sehen wir uns wieder. Bis dahin, stay tuned, dein DocMove.